Hallo, mein Name ist Tabea Henn. Ich bin Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ludwig-Maximinions-Universität in München, wo ich zu jüdischem Kulturerbe und Digital History forsche. In diesem Kurzreview für die Datenbank Games in der Erinnerungskultur wird es heute um Tell Me Inge gehen und welche erinnerungskulturelle Bedeutung es hat. Tell Me Inge bzw. auf Deutsch Erzähl Mir Inge ist kein klassisches Videospiel. Es ist stattdessen eine WebXR-Anwendung, bei der die Spielenden sozusagen mit der Holocaust-Überlebenden Inge Auerbacher reden und interagieren können. Dazu wurde Frau Auerbacher im Oktober 2022 in New York vor einem Greenscreen und einer speziellen Kamera aufgenommen. Daraus wurde dann die Anwendung erstellt. Das Gespräch ist in einer zeitlosen Gegenwart angesiedelt. Im Raum liegen ein paar Gegenstände, die man anklicken kann, um einzelne Sequenzen zu starten. Im Hintergrund sind durch Wolken Gebäude und Gegenstände angedeutet, die auf Lebensabschnitte von Inge Auerbacher verweisen. Die Erzählung wird immer wieder durch ihre Erinnerungen mit gezeichneten 3D-Animationen erweitert. Die Spielenden sitzen ihr gegenüber und durchbrechen damit im wahrsten Sinne des Wortes die vierte Wand und können sich ebenso frei im Raum umsehen. Von den angegebenen 360 Grad werden real aber eher so drei Viertel genutzt. Hinter einem passiert nichts, auch wenn man sich zu Beginn dort auch umschaut, um keine Szenen zu verpassen. Zur Interaktion stellt man entweder Direktfragen über ein Mikrofon oder kann die genannten Gegenstände anklicken. Inge Auerbacher erzählt dabei, wie sie ihre Puppe Marlene bekam, wie sich das politische Klima in Nazideutschland für Jüdinnen und Juden immer weiter verschlechterte und wie sie mit ihrer Familie das Ghetto Theresienstadt erlebte. Ebenso berichtet sie von ihrer Auswanderung in die USA nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch von ihrem Engagement als Zeitzeugin für diejenigen, die nicht mehr von den Ereignissen berichten können. Es gibt in dem Sinne kein Spielziel. Wenn man alle Sequenzen gesehen hat und keine Fragen mehr hat, kann man höchstens noch einige der Szenen erneut ansehen. Nicht alle lassen sich aber doppelt abspielen, außer wenn man die Seite erneut startet. Der Zeitaufwand ist darum auch sehr gering. In weniger als einer Stunde kann man sich alle Sequenzen einmal ansehen. Technisch kann die VR-Technik abschrecken. Man braucht aber nicht zwingend eine solche Brille. Natürlich ist das Erlebnis damit eindrücklicher, aber grundsätzlich reicht ein Browser und eine stabile Internetverbindung. Das Spiel bietet diverse Anknüpfungspunkte für den Unterricht. Allgemein die Geschichte des Holocaust und die Ideologie der Nationalsozialisten sowie der Alltag für Minderheiten in einer Diktatur. Ebenfalls thematisiert werden kann das Alltagsleben im Ghetto Theresienstadt und die Vernichtungspolitik der NS-Zeit. Auch im Fach Englisch kann man die Anwendung nutzen, da diese sowohl in Deutsch als auch Englisch verfügbar ist. Hier bietet sich sogar der Vergleich der Erzählungen an, da es sich um keine 1-zu-1-Übersetzung handelt, sondern die gestellten Fragen jeweils unterschiedlich beantwortet wurden. In jedem Fall muss die Anwendung und das sogenannte Erleben hinterfragt werden. Dabei sollte das Thema Zeitzeugenschaft beachtet werden. Was sind Zeitzeugen und wie prägen sie unser Wissen über die Vergangenheit? Wie verändern sich Erinnerungen im Laufe des Lebens und sind sie eine Zuverlässigkeit Quelle? Auch ein kritischer Blick auf die VR-Technik und die Ansprüche der EntwicklerInnen im Hinblick auf Mark Zuckerbergs Vision eines allumfassenden Metavers sollten berücksichtigt werden. Die angesprochenen Themen können für SchülerInnen überfordernd wirken. Zwar wird der Tod von Menschen nie direkt dargestellt und nur am Rande angesprochen, doch allgemein ist das Thema in der ganzen Erzählung dominant und sollte darum auch begleitet werden. Als oberstes Ziel erhoffen sich die MacherInnen, dass die Nutzenden das Gefühl haben, Zeit mit Inge Auerbacher verbracht zu haben, als hätten sie ein persönliches Gespräch mit ihr geführt. Allerdings kann dieser Anspruch aus Sicht der Geschichtswissenschaft an ein echtes Zeitzeugengespräch nur scheitern. Man hat am Ende nicht mit Inge Auerbacher geredet, sondern ein vorher aufgezeichnetes Gespräch durch Fragen oder Anklicken von Inhalten in neuer Reihenfolge abgespielt. Es handelt sich aber auch nicht um ein rein fiktives Gespräch, denn die Antworten wurden vorher aufgezeichnet und prinzipiell bekommt jeder Nutzende die gleichen Antworten, wenn auch gegebenenfalls in unterschiedlicher Reihenfolge. Am Ende bleibt es aber ein simuliertes Gespräch über die Interaktion einer Software. Wozu dann der ganze technische Aufwand? Es wird versucht, ein Erlebnis für die Nachwelt zu bewahren, dass die nachfolgenden Generationen irgendwann nicht mehr kennen werden, wenn auch die letzten Überlebenden des Holocaust verstorben sind. Eine solche Anwendung zeigt vielmehr die Bedürfnisse unserer Gegenwartsgesellschaft in den 2020er Jahren. In einer Zeit von vermehrtem Antisemitismus und steigender Zustimmung von Rechts- bis Rechtsextremparteien in den Parlamenten weltweit ist dieses Programm ein Versuch, diesen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen. Daran spiegelt sich ebenso die nicht ganz unberechtigte Angst, dass sich die Ereignisse des Holocaust wiederholen könnten, wenn man an diese nicht weiter erinnert. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wenden Sie sich mit Fragen gerne an die Stiftung Digitale Spielekultur oder den Arbeitskreis Geisteswissenschaften und Digitale Spiele.